Ich helfe dir. Sid, vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Ich kann's versuchen. Wer ist diesmal verschwunden? Nicht wer, sondern was? Mitz Vage, die Große aus ihrer Werkstatt. Ich hatte sie mir für eine Unterrichtsstunde zum Thema Gewichte geliehen, aber... Jetzt ist sie weg. Zuerst dachte ich, dass die Kinder sie zum Spielen mitgenommen haben, aber sie haben das für Hement abgestritten. Was mich nur umso mehr glauben lässt, dass sie es doch war. Ich weiß, was da helfen könnte. Ein Besuch von Sid. Das wird er bestimmt. Danke. Ich hoffe zwar, dass die Kleinen nicht gelogen haben, aber... Wenn doch, werde ich ein sehr ernstes Gespräch mit ihnen führen müssen. Zuletzt habe ich sie im Atrium gesehen. Wie immer. Ich versuche sie zu dem, wenn ich sie zeigte. Ich versuche sie zu. ich habe gehört du hast mit aus kammer mitgebracht meinst du mit schiff wird je in see stechen seit tagen gibt es keine nachrichten aus kann war hoffentlich geht es mit gut fleißig am lernen wie ich sehe und was ist das doch sicher keine vage oder natürlich nicht also nicht mehr jedenfalls seit ihr sie kaputt gemacht habt ja tut uns leid aber wir haben sie nur aus ein auseinandergebaut so wie mit es uns gezeigt hat mit etwas warum lässt sie euch denn ihre geräte auseinander bauen weil man nur so ein echter tüftler werden kann mit sagt immer am besten versteht man wie was funktioniert wenn man es auseinander nimmt und dann wieder zusammen baut na dann habt ihr die hälfte ja geschafft weiter so ehrlich gesagt das auseinandernehmen war einfach aber jetzt kommen wir hier nicht weiter stimmt doch gar nicht das große teil gehört nach unten und und alles was man tut hat folgen das solltet ihr langsam lernen aber lasst es uns noch mal zusammen versuchen na dann hört gut zu alle teile hier auf dem tisch gehören zu mitswaage jedes teil hat eine aufgabe und jedes einzelne ist genauso wichtig wie die anderen wenn auch nur ein teil fehlt funktioniert die waage nicht denken wir also über die einzelnen aufgaben nach ein teil kennt ihr schon die basis sie ist das fundament der waage und die anderen das hier ist der balken warum heißt er wohl so sieht nicht wirklich aus wie einer oder stimmt er wie ein flügel ein schokobo flügel sit du bist schon mal auf einem schokobo geritten oder bringst du es mir irgendwann mal bei wenn du brav bist so und was machen balken normalerweise sie halten sachen also macht der hier das vielleicht auch gut mitgedacht wir sind auf dem richtigen weg dieses kleine teil hier ist ein zahnrad habt ihr schon mal eins gesehen ich ja mitshülle ist voll davon die meisten liegen auf dem boden rum sie benutzt die dauernd für ihre erfindungen und dann drehen sie sich und drehen und drehen und drehen genau sehr nützlich wenn man will dass dinge sich bewegen erinnert ihr euch ob sich irgendwas an der waage bewegt hat ich glaube der balken hat sich bewegt als ich einen apfel wiegen wollte aber dann hat ihn jemand gegessen ist nicht meine schuld du hättest ihn nicht vor dem mittagessen wiegen sollen wir wissen welcher teil sich bewegen soll und wie also bauen wir am besten erst alles zusammen dann finden wir raus was sich nicht bewegt und tun das zahnrad dahin keine schlechte idee na bitte ist doch gar nicht so schwer die beiden runden teile sind die waagschalen schalen kennt ihr ja oder na klar molly hat welche in der küche fürs frühstück diese sind aber nicht verbreitung kopf sondern zum wiegen aber was ist wenn ich götz wiegen will ich glaube nicht dass er darauf passt wohl eher nicht wofür sind die kettchen hängt man daran die schalen auf ganz genau das heißt die kettchen müssen auch an irgendetwas aufgehängt werden so wir haben uns die teile angesehen und über ihre funktionen nachgedacht jetzt ist alles klarer geworden oder ja ich glaube jetzt kriegen wir es hin dann machen wir es so ihr sagt mir welche teile wohin gehören und ich baue sie zusammen also zuerst kommt natürlich die basis da kommen schließlich alle anderen teile dran und der balken kommt oben auf die basis genau wie bei einem dach oder flügel bei einem zucker wo und dann hängt man die schalen an dem balken mit den kettchen sehr gut dann wollen wir mal sehen ob alles so passt na bitte fertig ja wir haben es geschafft naja mit sitz hilfe ach ich habe doch nur die teile zusammengesetzt ihr drei tüftler hat mir gezeigt wie es geht ja wir sind nämlich mit protegees ihre protegees ja tüftler nachwuchs sie bringt uns alles bei was sie weiß damit wir später helfen können das versteck am laufen zu halten was meinst du zit sind wir schon so weit mit ein bisschen hilfe von mit und shirley wird es auf jeden fall nicht mehr allzu lange dauern habt ihr das gehört nicht mehr allzu lange aber bis dahin seid bitte ehrlicher zu eurer lehrerin warte mal wir haben das zahnrad gar nicht benutzt ihr glaubt doch nicht dass hittes vergessen hat oder aber und das war bis warum wird aber dass es ist ist die die es die und sie die sind die dass ihr pad Das gehört, du hast mit aus Canva mitgebracht. Dieser Mistkern nimmt auf uns weniger Rücksicht. Ich helfe dir. Und? Hast du das Rätsel gelöst? Es war, wie du schon vermutet hattest. Die Kinder hatten die Waage. Sie war allerdings in ihrer Einzelteile zerlegt, weil sie wissen wollten, wie sie funktioniert. Oh nein! Mitt wird mir was erzählen. Keine Sorge, das glaube ich nicht. Wahrscheinlich war es sogar ihre Idee. Letztendlich durfte aber ich den Lehrer spielen. Es tut mir leid, Sid. Du bist ohnehin schon so beschäftigt. Die Kinder können sich schon auf ihre Standpauke einstellen. Ach, das muss doch nicht sein. Mitt hat die drei anscheinend unter ihre Fittiche genommen. Sie bezeichnet sie schon als ihre Nachfolger. Als ihre Protegés sollen sie wohl in ihre Fußstapfen treten. Und die ihres Vaters. So ist das also. Sid, weißt du, warum Mitt neuerdings so viel Zeit bei uns im Versteck verbringt? Sie hat mir gesagt, dass ihre Studien von den Geschehnissen in Canva unterbrochen wurden. Stimmt das nicht? Nein, das war nicht der Grund. Die Universität hat ihr ein Angebot gemacht. Im Gegenzug für ein Vollstipendium sollte sie die Entwicklung einer Anzahl neuer Kriegsmaschinen leiten. Jeder andere würde sich wohl über diese Chance freuen. Aber für Mitt, die beide Eltern im Krieg verloren hat, war es blanker Hohn. Sie wollte damit nichts zu tun haben. Wenn man sie kennt, ist das keine große Überraschung. Schließlich ist alles, was sie will, den Menschen Hoffnung zu bringen. Das genaue Gegenteil von Krieg. Deswegen kümmert sie sich um die Kinder. Sie versucht ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Und das sollte ich auch tun. Zeit für die eine oder andere Unterrichtsstunde sollte ich mir nehmen können. Ach, du hast ihnen schon so viel mehr gegeben als das. Und ich bin sicher, das wissen sie auch. Ich bin sicher, das ist alles möglich. ich habe gehört du hast mit aus kann man mitgebracht Mist das war da habe ich ja glück dass du gerade hier bist du bist nämlich der einzige der mir jetzt noch helfen kann was ist denn ach es geht um diesen alembik den ich gerade für mitbaue ein fantastisches gerät du hast eine flüssigkeit dann rein damit und sie ist im nu destilliert das problem ist dass sich nur ein teil der verunreinigungen damit filtern lässt und für unsere zwecke reicht das nicht aus deshalb arbeite ich an einem filter der wirklich alles raus bekommt was meinst du würdest du mir dabei helfen das material dafür zu beschaffen diesen alembik könntet ihr sicher auch gut gebrauchen zum herstellen von arzneien also gut warum nicht wunderbar vielen dank was fehlte denn genau für diesen filter da kommst du noch nie im leben drauf bomber asche eine kleine menge davon hat sich mit wohl in der universität geliehen ich habe natürlich nicht weiter gefragt das zeug ist wirklich einzigartig selbst die schwarze brühe aus dem see wird damit klar also habe ich mich schlau gemacht wo wir mehr davon bekommen können und weiter bin ich nicht gekommen die asche kriegt man nämlich nur aus den überresten von königsbombern und da komme wohl ich ins spiel wenn du so gütig wärst ich habe gerade erst einen anschlag am jagdbrett für einen gesehen ich würde ja selbst gehen aber fiese feuerbälle erlegen ist nicht gerade meine stärke ich glaube das liegt ihr besser ist gut ich versuche mal mein glück vielen dank und froh jagd haben wir und das lazeros viertel sind Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das wird nicht einfach. Ab hier kann ich gehen. Das wird nicht einfach. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das sollte reichen. Wenn der Wine mehr braucht... Wenn du mehr darüber erfahren möchtest... Ich habe gehört, du hast mit aus Canva mitgebracht. Also wenn ich mal erwachsen bin, will ich auch so... Meinst du, Mitzschiff wird je in See stechen? Seit Tagen gibt es keine Nachrichten aus Canva. Oh, hallo Sid. Wie läuft die Jagd nach der Bombeasche? Schon erledigt. Ich werd verrückt. Und gleich so viel davon... Das reicht, um den Alembik eine halbe Ewigkeit vor sich hin blubbern zu lassen. Du bist der größte, Sid. Ich hab's ja schon immer gesagt. Also gut, dann mal rein in den Alembik damit. Du bist der Telemann und ich... Du bist der Knau. Du bist der Knau. Ich hab's ja schon gesagt. Ich hab's ja schon gemacht. Ich hab's ja schon gesagt. Und das von dem Mann, der einen hochexplosiven Feuerball zerhackt hat. Da fällt mir ein, ich muss dich noch belohnen. Ach, das brauchst du nicht. Schließlich nützt der Alempique dem ganzen Versteck. Hab dich nicht so. Lass mich doch mal deine Tasche anschauen. Die mit deinen Heilmitteln. Ich glaube, ich könnte da was zaubern. Was hast du denn vor? Nun, ich habe beim Testlauf mit dem Telamon Alempique eine Substanz isoliert, von der ich glaube, dass sie selbst das härteste Leder geschmeidig wie Seide macht. Eigentlich wollte ich damit alte Stiefel auf Vordermann bringen. Bisschen Geld sparen und so. Aber wenn wir davon etwas auf deine Tasche geben, dann wird sie bestimmt elastisch genug, dass ein paar Flakons mehr reinpassen. Na gut, ein Versuch ist es wert. Meine Rede. Warte einen Moment, ich bin gleich wieder da. Und? Was sagst du dazu? Die Tasche wirkt zumindest... flexibler. Ja, ist sie auch. Ich danke dir. Schätze ich. Nein, nein. Ich danke dir. Für deinen tatkräftigen Beitrag zur Wissenschaft. Ohne dich würden Wundermittel wie das, das ich auf deine Tasche gerieben habe, alle unentdeckt bleiben. Kurz gesagt, ich sehe großes Potenzial für mehr Zusammenarbeit. Igen, nein. Wir gehen jetzt noch. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und du willst sie kaufen, damit diese herrenlosen Träger herrenlos bleiben? Ganz richtig. Die perfekte Gelegenheit, um Dutzende zu befreien. Und das zu einem attraktiven Preis. Und wo genau kommt meine Klinge ins Spiel? Wir haben zwar die Mittel, um diese Träger zu kaufen, können sie aber nirgends unterbringen. Also haben wir einen Ort gesucht, wohin wir sie umsiedeln können. Irgendwo weit weg von den neugierigen Augen derer, die sie erneut versklaven wollen. Und wir glauben, einen gefunden zu haben. Kaschlok. Ein kleiner Weiler, versteckt in einer Schlucht. Der Ort wurde vor langer Zeit aufgegeben. Aber als die Menschen auszogen, zogen die Bestien ein. Deshalb suchen wir einen furchtlosen Schwerkämpfer, der wilde Tiere nicht scheut. Damit dort wieder Menschen leben können. Hilfst du uns, Clive? Wie könnte ich ablehnen? Exzellent. Theo, würdest du dich bitte, wie wir es besprochen haben, um den Transport unserer Gäste kümmern? Natürlich. Überlass das mir. Klingt, als hättest du auch alle Hände voll zu tun. Hab ich. Schließlich müssen wir das Dorf auch bewohnbar machen. Mit Möbeln und all dem. Die Sachen vorzubereiten, wird ein schönes Stück Arbeit. Wir sehen uns also später. Versuch bitte, den Ort zu sichern, bevor die Wagen anrollen. Ja? Ich werde es versuchen. Das Dorf liegt in Shadras Zirn, hinter der Lednikluft. Mein Helfer dort öffnet dir das Tor. Ist gut. Wünsch mir Glück. Das wirst du sicher nicht brauchen. Das ist ja ganz wichtig. Das war's... Was? Das war's. Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020